Alles nur Zufall, oder tritt Platzhirsch König Charles Highgrove Shop gegen Neuling Megan Makeler im Kampf um das bessere Lifestyle-Produkt an? London, es könnte natürlich Zufall sein, doch wäre ein Zufall sehr groß. Was als harmloses Marmeladen-Match begann, wächst sich allmählich zu einem kleinen Wettkampf um die bessere Luxuslinie aus. König Charles ist der Platzhirsch, da bereits Queen Elizabeth II. etwa Royalen Ketchup verkaufte, um nur eins von vielen Waren zu nennen. Megan Makeler hingegen ist mit ihrer Lifestyle-Marke die New Pammerin. Auffällig ist, dass Highlights der beiden fast gleichzeitig auf den Markt kommen. Megan Makeler lunchtunde Kekse und Marmelade kurz vor Prinzessin Kate's Comeback. Will man die Phase seit Megans Verkündung im März als Wettkampf betrachten, teilte die Herzogin von Sussex den ersten Hieb aus. Mit Hundkeksen und Marmelade trat sie ausgerechnet nur wenig Zeit vor Prinzessin Kate's erstem Auftritt nach monatelanger Abwesenheit wegen ihrer Krebserkrankung an die Öffentlichkeit. Kurz vor Kate's Comeback, Aufmerksamkeit für ihre Marke American Riveria Orchard zu erhalten, brachte Megan viel Kritik ein, auch wenn beim Lunch nicht klar gewesen sein dürfte, ob die Prinzessin von Wales wirklich bei Trooping the Color erscheinen würde. Jetzt kontert der 75-jährige Monarch mit wunderschön zartem Bio-Honig mit unverwechselbarem Limetten-Geschmack von unzähligen Bienen des privaten Heigro-Freul-Ästhet des Königs. Ein Glas mit 350 Gramm kostet königlich 29,50 Euro. Laut Mira hatte Prinz Harrys Ehefrau kurz davor verlauten lassen, einen Rosé herausbringen zu wollen. König Charles verkauft Honig, während Megan einen Rosé-Wein angekündigt hat. Doch während es Königs Honig über seinen Heigro-Shop-Geld sammelt und für wohltätige Zwecke spendet, arbeitet Megan wie die Deli-Mail vermutet, für die eigene Tasche. Megan ist als Weinfehn bekannt, nannte schon ihren früheren Lifestyle-Block-Dätig nach ihrem Lieblings-Rottwein. Obwohl nicht bekannt sei, ob Megan und Harry einen Weinberg auf ihrem großzügigen Anwesen in Montecito haben, konnte die Nachrichtenseite berichten, dass der Rosé-Wein in Kalifornien hergestellt wird, hieß es dort weiter. Wohne ist die Nachricht. Vielen Dank.